Ich glaube, dass es möglich sein wird, in den nächsten 50 oder 100 Jahren das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. Also wir sehen, wie hier durch den Menschen menschgemachte Bewölkung erzeugt wird, die das Klima beeinflusst. Cooling the planet with man-made clouds is currently the best option on offer to fight global warming. We could start doing it next year with airplanes. Es gibt Zeiten und Orte auf der Welt, wo Kondensstrafen kühlen. Wenn man gezielt dort fliegt, wo Kondensstrafen kühlen, külpen die Erde. Kann es denn sein, dass diese Dinge eben schon länger praktiziert werden und auch dies nicht zugegeben wird? Is the government spraying toxic chemicals into the skies all over the world to stop global warming? They say the government is dumping chemicals on us to control or manipulate the world. These are literally crimes against humanity. The chemtrail conspiracy I don't frankly believe at all. We need to deal with facts and realize what do these facts tell us. Everything we hold sacred is, is on the line here. nicht mehr Vetenta whenever we achieve Gав Buden, wenn niemand ein über die finster, darf es still mit ihnen kommen! Also wirkt euch hier nicht захsud, werde ich das schreiben. Wenn wir passen, Late Novell schaken, Vielen Dank.